Ich lasse jetzt, keine Ahnung. Ich bin fast, du, du! Oh, das ist natürlich echt... Zermatere ihn. Sehr gut. Jawoll, 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 jawoll. Was heißt denn eigentlich Eraser? Wann müssen wir das machen? Wenn wir neben denen stehen? Das ist ja total dumm, oder? Wenn wir neben denen stehen, dann wissen die das doch. Ding, ding, ding. Tum, 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 tum. Aber wenn ich doch die lösche, dann wissen die doch, dass ich Eraser bin. Das ist ja total dumm, oder? Uff. Das ist natürlich nicht so gut. Aha. Aha. Also ich habe als Sheriff gerade geschossen, Freunde. Ihr könnt mich gerne rausvoten. Ich auch. Karuso der Arme, das ist schon wieder tot. Es tut mir so leid. Ich habe Karuso gerade gefunden in Showers. Also nach oben, wenn du bei der Tür zu Records. Gibt es Lifeline-Infos? Ich habe eine wichtige Info für euch tatsächlich. Nee, das sage ich nicht. Ich sage es nicht. Ihr votet mich. Don't say it. Ich sage es nicht. Du bist Sheriff. Ich vote dich. Ihr votet mich 100%. Nein, wir glauben das nicht mehr. Ich glaube, was du sagst. Wenn jetzt sagt, ich habe eine wichtige Info und sagt es nicht, dann wird er wahrscheinlich Jester sein. Dann ist er Jester, ja? Ich bin Jester. Vortet mich nicht. Oder ist noch mein Poster. Aber drei, mein Poster ist auch unwahrscheinlich. Also ein paar Infos. Also Vlesk war am Anfang an der Kamera. Da bin ich aus der Kamera raus. Dann bin ich nochmal zurück. Und da warst du an der Kamera, warst aber nicht drin in der Kamera. Wieso? Doch, doch. Ich war an der Kamera. Nicht wahr aus. Ich habe einmal, ich bin beim Vorbeilaufen. Ich habe die Leiche von Karuso gesucht. Und ich war an der Kamera. Und habe wirklich an der Kamera nur einmal kurz zack, zack, alles durchgeguckt, weil ich sehen wollte, ob die Leiche irgendwo liegt. Dann bin ich weitergelaufen. Ich rede vom Anfang der Runde, Vlesk. Ganz am Anfang der Runde. Da war ich nie in der Kamera. Da warst du nicht in der Kamera. Da war ich nicht in der Kamera. Ach du Scheiße. Das ist gelogen. Ich bin ganz am Anfang der Runde, bin ich ans Admin-Table gelaufen. Wenn jemand Sheriff ist Schieb, aber Vlesk, aber wo ist es? Vlesk ist Scheriff. Eine weitere Info, eine weitere Info. Schuh, Schuh, du standst gerade auf der anderen Seite von der Tür, wo du reportet hast. Kann es sein, dass du Karuso einfach selber umgebracht hast und hast gesehen, dass jemand durchkommt? Ich habe dich tatsächlich gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast mich gar nicht gesehen. Nee, ich war davor mit Varyon an der Leiter und wir sind die ganze Hunde runtergegangen. Wo genau? Aber Basu hat live eine Info. Wo genau lag die Leiche? Schuh? Die liegt genau an der Tür. An der Tür? Ja. Ich habe die Handtücher aufgesammelt und dann bin ich hochgegangen und dann... Also ich kann jetzt die Info geben, dass der Sheriff nicht auf mich schießen wird, weil die Andersheriff ist. Aber Basu hat Live-Line-Info. Ja, ich wollte nur sagen Crewmate-Lifeline-Info, aber die ist auch schon so 20 Sekunden alt, dass Karuso zuerst tot war. Ich war so vor 20 Sekunden oder so einer Live-Line, da war Karuso schon tot, Jan noch nicht. Das ist gelogen. Nee, das ist gelogen. Das ist gelogen, ja. Also ich habe jetzt gewolltet, wie immer, ne? Jan war zuerst tot, Karuso ist danach gestorben erst. Du bist sicher, dass Karuso zuerst tot war, aber vielleicht... Keiner bot bei Shushu mit. Mensch, okay, ich habe dich gerottet. Jan hatte rechts im Cargo, wäre auch nicht geschossen. Ich weiß nicht, Jan war Sheriff. Ich glaube, wir müssen auf Lest gehen, Tualis. Oder ihn zumindest erasen oder sowas in die Richtung. Okay. Null Eimer. Wir dürfen auf jeden Fall nicht Shushu killen. Ich bin sie uns so machen. Ich wollte nicht weg! Oh mein Gott. Zwei Leute sind wieder tot. Mäntel und Varian, okay. Also, Schuchu, fang du erstmal an, du hast geportet. Nee, Shorty, nicht Shorty. Es liegen zwei Leichen bei der Dusche. Also in diesen Duschdingens drin, wo man so gegen die Dings gegenhaut. Von Double Kill. Double Kill oder Lover? Double Kill. Wer war gerade in Camps? Ich bin schon die ganze Zeit in Camps. Egal, was ich nach zwei Impostoren sage. Ich hab dich auch gesehen. Nee, ich glaub dir nicht. Also, ich hab am meisten Verdacht auf Lesbun Schuhschuh. Nee, also pass auf, ich bin die ganze Zeit in den Kameras. Shorty kann das auch bestätigen. Übrigens, sie war bei Vault oben und noch irgendjemand war da. Ich weiß nicht, wer als erstes rausgegangen ist. Gap Room waren zwei Leute permanent. Wo ist Vault? Wo ist Vault? Wir haben uns an der Leiter versteckt. Ich komm da nicht mehr hoch. Was war das für ein Raum, wo du warst? Also, ich kann Tippet deswegen auch ausschließen. Ja, ja. Aber ich komm da auch nicht mehr hoch. Ich bin da wie verpackt. Lesbun Schuhschuh. Bist du Jester? Weiß halt... Wo war denn die letzte Zeit? Ich würde gerne rausgehen. Ich kann halt nicht sagen, ob die Kameras die ganze Zeit an waren. Ich hab sie halt nur zuletzt noch gesehen. Werber Kamera? Schuchu sagt, sie war in Kamera. Und das ist die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit. Ich bin nur durchgescrollt. Ich glaub dir das. Ich hab auch nur Shorty gesehen. Also, ich kann dir jetzt schon sagen, dass es wahrscheinlich Bars und Shorty sind. Bars und Bless sind es wahrscheinlich. Häh, du. Boah, ich hab die Runde gar keine Ahnung. Shorty hat reportet. Ob ich jetzt meinen Imposter-Kollegen als erstes genannt habe oder als zweites, wüsste ich nicht. Ich war in der Runde überhaupt nicht in Showers. Fünf Leute waren in der Runde. Aber warum solltest du bei sechs Leuten reporten? Und dann musst du da sagen, dass... Eben, also ich glaub nicht, dass es... Warum solltest du bei sechs Leuten reporten, die in Showers oben liegen. Zwei Leute waren Elektrikel, sind die Leiter hochgegangen, als Licht aus war. Eine Person ist dann wieder runter und das war Shushu. Und die ist dann in die Kamera gelaufen. Und die hat den Kill nicht gemacht. Zwei Leute haben Double-Kill gemacht. Das war ein Basis. Shorty, Timmit, Unge waren die ganze Zeit. Nö. Ich glaube, dass du wieder unseren erzählst, Bless. Ich glaube, dass du wieder unseren erzählst. Ich kann dir halt nicht vertrauen, Bless. Ich kann dir halt nicht vertrauen. Perfekte Info von mir. Vor allem, also, woher willst du so viel Info kriegen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Information. Ich hab gar nicht. Ich bin Schulde mit dir. Sag Bescheid. Ja, Shushu, wen würdest, also, wir drei können uns vertrauen. Shushu, Timmit, Unge, was machen wir? Woten wir Basis oder Bless? Aber Shorty würde ja nicht reporten, oder? Ich wollte nicht. Der würde nicht auf Bless ging, glaube ich. Ich glaube, Bless vielleicht ging. Ich hab jetzt Bless gebaut. Basis, Basis, Basis. Dann ist er vorbei, dann. Ach, mein Scheiß. Das war nicht gut, ihr hättet nicht mich worten dürfen. Ja, aber warum auch so last second calls? Also, sein Wiener. Aber Shushu. Wer hat Shorty, wir müssen wahrscheinlich. Nee. Weck jetzt. Wir müssen. Sehr gut. Oh, ich hatte so Angst. Aber Shushu, du kannst mir doch vertrauen. Ja, aber ich dachte, da ist jemand die Leiter hochgekommen. Deswegen dachte ich, bitte, bitte, geh einfach nur durch. Ach so. Okay, okay. Also, ich finde dieses last second, irgendeinen Namen die ganze Zeit reinzuholen, finde ich halt kritisch so. Also, wenn, musst du dich halt auf Komet schon vorher entscheiden, als bei drei Sekunden so. Ja, das haben wir heute schon einmal passiert, weil wir es lange haben. Also, ganz kurz, ich bin auch so nervös, ja. Ganz kurz, ich möchte nur sagen, an den Kameras. Ich hab Shorty gesehen, bevor, also, das war doch in Vault, oder? Nein, ich war in Records. Ich war in Records. Da oben, wo diese Orten eingedingst werden. Weißt du, was meine? Da warst du, genau, ja, genau. Da hab ich Shorty sehr, sehr lange gesehen. Deswegen glaub ich nicht, dass sie den Kill macht und dann reportet. Es könnte auch, also, es könnte tatsächlich, ähm, Tim mit Ongel könnten es tatsächlich nur sein, wenn ein Loverkill in Showers gefallen ist. Das weiß ich nicht. Ja, warte mal. Das ist mit dem Sass gewesen von Shushu bei dem Karuso-Report, der ist auch egal jetzt, oder? Ja, der ist egal. Also, ah, okay. Okay, dann lass einfach mich gewonnen, oder? Ja, ja. Ich hab mich gewonnen. Hat Westy selbst gewordet? Ich hab Baso gewordet. Wurde mich, aber ich hab mich auch gewordet. Ich hab auch Baso gewordet. Naja, mach einfach mal. Ist ja egal, ich hab dir jetzt eh auf den Button gedrückt, das ist relevant. Okay, Shushu hat Baso gewordet, dann hat Westy sich aber gewordet. Ich hab Baso gewordet. Nee, 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 wollte ich da einfach nicht. Shushu, wie sicher bist du dir mit Tim mit und Ongel? Ich weiß es nicht, ich hab beide überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, irgendeiner war bei Records mit dir, Shorty. Nein, wir waren beide, Tim mit und Ongel, wir waren beide bei diesem App. Baso. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube tatsächlich. Ja, wir wollten jetzt Baso, wir müssen uns ja einigen. Baso. Aber es ist halt super schwer. Aber wenn es West ist, dann ey, erwähn mich, ja? Ich hab wirklich gar keine Ahnung, Shorty. Wenn es jetzt West und Shorty sind, haben die es so gut gemacht. Ich hab nur Shorty gesehen in Records oben. Ja, Shushu. Und sonst gar keinen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wann ich Sass gewonnen bin. Tschüss, Söno. Ich geh jetzt wieder auf Vlesk, weil ich tatsächlich glaube, dass uns Vlesk wiederplayt. Also ich war ja nicht mal in der Nähe von irgendwas und keiner hat gesagt, ja, du warst da und da, deswegen bist du Sass. Aber okay. You do you. Also Baso hat sich selber gevotet und Tim mit Ongel und ich haben sie gevotet. Aber... Ich hab Baso gevotet. Crazy. Warum weiß Vlesk, dass wir beide Dings sind? Also, dass ich in der Situation nur Anjans hasse bin, obwohl ich reporte. Und das war einfach nur dumm, weil ich eigentlich dachte, sie hätte uns Wenden gesehen. Ach, wie bitter. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt auf jeden Fall spielen soll. Ich muss halt wahrscheinlich Shushu irgendwie auf meine... Don't do this! Ich will auch! Ich weiß nicht, was ich machen muss. Weißt du, der Fendt. Der killt mich noch. Zwei Gap-Room, einer Cargo. Einer Meeting-Room. Wir warten jetzt einfach die Zeit ab. So ein bisschen. So ein bisschen. Oh, was? Oh mein Gott. Okay, also pass auf, Shorty. What just happened? Pass auf, ich war Meeting-Room sehr, sehr lange mit Tim mit. Da warst du doch mit dabei, ne? Ja, ja, ich war mit da oben, als wir in der Leiter gespielt haben, ja. Genau, dann bin ich rechts rüber. Lesk ist schon wieder fucking jester. Ich seh das kaum. Und mein Lights fix. Dann bin ich runtergegangen, er ist hoch und ist einfach mit diesem Schiff wieder rübergefahren. Und dann dachte ich mir, irgendwann kommt er schon und holt mich wieder ab. Dann bin ich einmal den ganzen Weg außenrum über Records schaue, Main Hall, Engine Room und bin dann hoch. Und jetzt ist der Report von Unge genau auf diesem Schiff da. Quasi da, wo wir die Leiter runtergekommen sind, oder wie? Genau, ja. Da liegt er. Und ich weiß nicht, wo Tim mit liegt. Ich denke, Tim mit liegt auch irgendwo da. Also bei mir ist das klar. Ich weiß, dass ich Shushu vertrauen kann. Ähm, Lesk? Lesk ist sowas von wie ein Jester, Alter. Äh. Irgendwer von euch hat gelogen mit den Votes auf Basis. Sie hat sich selber gewartet, ich hab gewartet, Unge und Tim mit haben drauf gewartet. Nee, ich hab safe gewartet. Aber hat sie dann nicht, hat sie dann einfach ein... Ich lass mich nicht, mein drittes Mal, Mindgamen. Ja, aber ihr hättet aufpassen müssen. Ich bin ja, ich bin tatsächlich Jester in der Runde. Naja. Sprich, ich hab jetzt so oder so verloren. Ich lass ihn, keine Ahnung. Ich hasse Jester! Nee, warte, er ist nicht Jester. Doch, er ist nicht. Doch, er ist, er ist. Er ist nicht. Er ist nicht. Er ist nicht. Scheiße! Mann, Lesk! Was denn, du, Schu-Schu? Ey, nee, Schu-Schu! Nee, Schu-Schu! Ich hab's gespielt. Ja, im letzten Jahr hat die richtigen Infos gegeben mit Baso und Chorki. Holy Shit! Das ist halt das Problem an Jester. Ich war halt wirklich einfach sehr guter Crew-Mate in der Runde. Und war dadurch, glaub ich, irgendwie sus. Das war wieder richtig, Andecou an Jester und einen hier im Foster zu haben. Ich hab's gespielt. Ich hab's gespielt. Ich hab's gespielt.